Ja, also folgende Sachlage. Nach Meldung, die wir gekriegt haben, ist der Flüchtige jetzt mit dem Heli unterwegs, war schon unten bei Elektro Zwickorsko, wie das heißt, ist von dort weiter unterwegs gewesen. Ich habe jetzt an OPL gemeldet, dass Verfolgung für uns unter den Umständen nicht mehr möglich ist und dass die den Auftrag weitergeben an übergeordnete Dienststelle und die soll die dann mit geeignetem Material verfolgen. Untertitelung des ZDF, 2020